Hallo, mein Name ist Clemens Meyrer. Ich bin Geigenlehrer in der Musikschule Haart und möchte dir heute mein Lieblingsinstrument vorstellen. Die Geige oder Violine ist das kleinste und damit auch das höchste aller Streichinstrumente. Wie alle Instrumente aus ihrer Familie wird die Geige mit einem Bogen gespielt, wodurch ein sehr schöner und sehr langer Ton möglich ist. Die Geige wird für unzählige Musikrichtungen verwendet. Aus dem klassischen Orchester ist sie gar nicht wegzudenken, aber auch im Jazz und in der Pop- und Rockmusik wird sie gerne gehört. Egal ob Alpenländisch oder Jüdisch oder Irisch. Die Geige sorgt in vielen Volksmusiken für den guten Ton. Dementsprechend vielfältig sind auch die Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens. Die Geige kann sehr elegant und weich klingen. Aber manchmal auch ein bisschen kratzbürstig sein. Wenn auch du dieses wunderbare und vielseitige Instrument einmal ausprobieren möchtest, dann melde dich einfach in der Musikschule deines Vertrauens.